Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Das Rätsel ist gelöst, weil ich eben schon mal eine Aufnahme angeschmissen habe. Keine Ahnung, keine fünf Minuten. Die Aufnahme ist abgeschmiert, weil die Elgato Software abgeschmiert ist, was aber zum Glück nicht allzu tragisch war. Aber jetzt habe ich das alles gefixt, bzw. ich habe geguckt, mit Tests auf dem Namen, ob alles läuft. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Weil wir haben ja noch einiges vor hier. Aber nutzt jemand Werkzeuge und höre Stimmen für mehr Eclipse? Es muss noch einen Eingang geben. Okay, das hört sich natürlich noch rein. Das ist, finde ich, nicht schön. Eine Art Energiezelle. Wozu die wohl gute? Eine G-Zelle? Ein altes Waffennager? Okay. Ein alter Rüst, die liegt in einer Ruine der Alten. Gut zu sehen, aber außer Reichweite. Ah, interessant. Stufe 25. Untersuche die Tat und rede mit den Ladlinen. Haben wir das schon mal getan? Okay. Ist ne Idee. Ist auf jeden Fall ne Idee. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen offen. Die werden wir aber noch später abarbeiten. So. Sie sind es tatsächlich. Sie suchen keine Antworten. Nur Waffen. Na, super. Was ist das da? Hier ist nichts. Ach du Scheiße. Die haben ja auch natürlich noch Maschinen an ihrer Seite. Oh shit. Okay, das haben wir noch gut hingekommen. Oh shit. Komm her. Komm zu mir. Sehr schön. Okay, das haben wir noch gut hinbekommen. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Das ist jetzt nur die Frage, wo ist die Maschine? Achtung. Oh, damit kannst du nehmen. Oh shit. Oh, du hast ne Waffe? Kann ich jetzt mal. Gar nicht. Achso, geil. Stopp, stopp. Und tot. Oh shit. Und schiss. Hui. Das war aber knapp. Oh shit. Oh shit. Du wirst dem Schaden nicht entkommen. Hopp, zack. Äh, du aber auch nicht, mein Freund. Suttertstränke. Darf man auch noch gute? Und gesuttert zusammengenommen. Wunderbar. So. Meine Position ist aufgefunden. Zack. Aua. Scheiß Teil. Komm schon. Geht doch. Mensch. Hui. Was haben wir denn jetzt noch alles? Okay, das ist jetzt nicht mehr allzu viel. Die Pflanzen möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Weil die geben mir echt verdammt viel Heilung wieder. Schauen wir, woher wir jetzt gleich hier auskommen. Ui, hier ist ja noch einiges zu müssen. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Todbringergewehr. Wie geil ist das denn? Aber so sind wir etwas schneller. Gucken wir, ob wir das gleich irgendwie mitnehmen können. Ich lasse erst mal hier liegen. Vielleicht können wir das ja noch gebrauchen. Aber das hätten wir jetzt so oder so hier liegen lassen müssen. So. Okay. Bloß durch Rutterfallen. Das ist glaube ich keine gute Idee. So. Das ist einfach wunderbar. Okay, hier müssen wir wieder irgendwas aktivieren. Habe ich aber jetzt gerade keine Lust drauf. Hups. Noch mehr Einsatzberichte. Wow. Okay. Wie schon in der letzten Folge gesagt, ihr könnt dann gerne auch Stopp machen und lesen. und ich überfliege das dann auch immer beim Motorscrollen. Und meistens, also meistens, kommentiert ja die Aloy die Geschehnisse sowieso. Das ist dann auch nur halb so schlimm. Ja, warte, bevor wir da jetzt auf die Konsole tun, ich möchte mich hier erstmal umschauen. Don't mama her, glaube ich. Okay. Drücken wir mal auf die Konsole. Was ist das? Das? Eine Karte. Eine Karte? Wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus. Von weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharo-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Gute Frage. Das wird jetzt noch interessant, würde ich sagen. Und diese Frage zu klären. Vor allem, jetzt nicht nur wie die Roboter gestoppt werden konnten, sondern wie hat es die Menschheit trotzdem geschafft zu leben? Deswegen, das ist, äh... Fragen über Fragen. Ui, das ist aber eine riesige Maschine. Heftig. Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Ich hoffe nicht. Vorsicht! Ach, du Scheiße. Jetzt haben wir einen Totenbringer freigelassen. Oh, shit. Ja, der bewegt sich. Ich büße gerne erstmal alles. Ich möchte erstmal wissen, wie viele von diesen Kultisten hier rumlaufen. So. Komm schon. Zack, passt. Oh, shit. Ich glaube, darf ich was in... Okay. Alles klar. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Das war heftig. Okay, auf mein Neues. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall was auf uns zukommen. Zack. Alles mitnehmen. Und raus mit uns. Und der ist tot. So, wo ist der andere? Oh, da hinten ist der andere. Sehr schön. Erstmal die Totisten platt machen, würde ich sagen. Ah, nicht wenn das Ziel läuft. Oh, shit. Oh, shit. Ach, du Scheiße. Ist das ein krasses Teil. Heftig. Einfach nur heftig. Okay. Werden wir jetzt nochmal neu ausprobieren. Jetzt kommen andere gute Dinge sind rein. Und diesmal vielleicht auch nicht direkt den Typen vor dem Totendinger ausschalten. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Okay. War doch kein Kupfschuss. Aber egal. Das kann ja jetzt was werden. Oh, hier bin ich. Oh, shit. Oh, shit. So, diesmal sterben nicht. So, tot. Okay, der ist im Besucherstrand, das muss man es merken. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, das wird ein langer Kampfer. äh, das ist echt der Glück aua, 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 aua nicht treffen lassen oh, Brauchtalent, nice aua das war aber gerade gut geschossen ich muss mich selber mal losen aua, 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 aua nicht geil, gar nicht geil aua, aua, aua aua, aua 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 kein Koffer komm schon, setz dich hin zeig deine Schwachstelle da ist auch noch mal so ein Koffer ich weiß nicht, was ich gerade kieße dran ich weiß nicht, was ich gerade kieße dran aua, aua 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 Schade haben, machen wir den ja schon mal genug, würde ich sagen. Okay. Paufer. Okay, keine gute Idee. Ah, ist es offen da? Scheiße. Wow, 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 wow. Blöde Speed. Blöde Maschine. Paufer. Alter! Paufer. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig hunderte davon bekämpfen.